ja herzlich willkommen schön dass ihr da seid heute mal wieder ein unboxing mit euch zusammen mit anschließendem klangvergleich ich zeige euch mal das paket sieht so aus ihr werdet gleich sehen um was es sich dabei handelt und dann erkläre ich euch auch was dazu so das ganze aufgerissen schon mal schön verpackt hier und zwar handelt es sich um diese scheibe ist tatsächlich so dass ich noch keine mfsl mobile fidelity sound lab dressung in meiner sammlung habe und wollte ich natürlich unbedingt haben weil ich schaue ja aktuell sehr nach audiophilen auflagen und dafür ist mfsl mobile natürlich bekannt schon seit jahren und ich dachte mir mensch welche holst du dir mal und bei dieser platte es handelt sich um bill withers greatest hits war eine die mir immer wieder über die füße gelaufen ist sozusagen hier eine empfehlung da eine empfehlung ein youtuber der immer wieder davon gesprochen hat was das für eine fantastisch klingende platte ist eine der bestklingendsten platten sozusagen die in print zu kaufen ist und preislich ist natürlich für uns in europa immer ein bisschen mehr wie für die amerikaner aber ich habe gedacht trotzdem kommt jetzt schlägst du mal zu sowieso ein cooler künstler ich meine hier sind hits drauf just the two of us ain't no sunshine ja und so weiter da kennt man auch fast jeden hit davon ja und wie gesagt das ist das erste mal dass ich überhaupt von mfsl eine platte habe machen wir die mal zusammen auf ja hier oben auch zum abreißen ok also ja sehr schweres jacket glaube ich auch tip on in diesem fall so habe ich mir das vorgestellt so muss das sein richtig schwerer dicker karton die platte raus was da drin ist da drinnen haben wir einmal das ist so ein doppelseitige reklame und innen drin auch noch werbung für deren plattenspieler und reinigungs und schutzprodukte sozusagen und innen drin die platte natürlich in dem original master sleeve von mofa die sind ja auch sehr beliebt dann schauen wir uns mal die platte auf den ersten blick an ja sieht relativ gerade aus in paar verunreinigungen sehe ich drauf definitiv weiß nicht ob ihr das seht da unten hier zum beispiel schau mal ja vielleicht sieht man es ein paar verunreinigungen sind raus drauf aber jetzt nichts schlimmes hoffe ich mal ich würde sagen ich höre das teil mal und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem klangbericht so also hier bin ich wieder kurz und knapp knaller also auf jeden fall wie gesagt die hits da drauf sind ja wirklich extrem also das macht fast jedem spaß denke ich und das ist natürlich eine greatest hits hat man natürlich verschiedene ja wie sagen wir produktionen drauf aber das macht mir in diesem fall wenig aus denn klar hat mal das ein lied ein bisschen mehr um weniger bass ein bisschen kräftiger oder weniger kräftig aber die haben alle so eine dermaßen tolle darstellung trennung der instrumente breite bühne mega brillanz also absolut affengeil muss wirklich sagen eine absolute hi fi vorführplatte mal wieder wird definitiv eine von denen sein die ich zücke wenn jemand was hören will weil eben auch bekannte lieder drauf sind das ist ja auch für die vielen dann ähm noch ein stärkeres erlebnis wenn die sagen das lied da das kenne ich ja äh zum beispiel ja und ähm hier gibt es wirklich nichts auszusetzen die platte ist total plan äh ganz gerade die minimalen verschmutzungen die da drauf sind sind absolut nicht zu hören und das ist für mich eine äh absolute empfehlung also was die äh ganzen leute über dieses album in dieser pressung pressung von mfsl sagen stimmt tatsächlich äh hat mir mega mega freude gemacht und wird äh wahrscheinlich sehr sehr oft laufen auf jeden fall und wenn ihr neu hier auf meinem kanal seid seid doch so nett und lasst mir ein abo da vielleicht auch ein like ein kleines kommentar und ähm ansonsten schaut noch ein paar alten videos von mir und bis zum nächsten video bis dann dann